Willkommen zu unserem Podcast, das zuverlässige Wort. Ich heiße Anselm von der Faithful World Baptistengemeinde. Als Baptisten glauben wir, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass Gott sein Wort bis heute zu 100% bewahrt hat, dass wir daher die Wahrheit in unseren Händen halten können. Wir wollen in diesem Podcast biblische Lehren einfach verständlich in kurzen Episoden erläutern, ihr Lehren anhand der Bibel aufzeigen und aktuelle Ereignisse im Licht der Bibel bewerten. Außerdem werden wir zusammen mit Pastor Emerson in längeren Episoden einzelne Kapitel der Bibel Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Hallo zusammen, ich bin Pastor Steven Anderson von der Faithful World Baptistengemeinde in Arizona, in den Vereinigten Staaten. Und ich bin Anselm, willkommen zum zuverlässigen Wort. Heute reden wir über 1. Thessalonischer Kapitel 2. Wir hatten schon gesprochen über das 1. Kapitel. Und ich lese jetzt vom 2. Kapitel die ersten beiden Verse vor. Denn ihr wisst selbst, Brüder, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war, sondern obwohl wir zuvor gelitten hatten und misshandelt worden waren in Philippi, wie ihr wisst, gewannen wir dennoch Freudigkeit in unserem Gott, euch das Evangelium zu verkündigen unter viel Kampf. Und es gibt so viele Leute, die nicht misshandelt werden oder die nicht gelitten haben. Und sie trotzdem, trotzdem predigen sie das Wort Gottes nicht, obwohl es für ihnen viel einfacher ist, für sie viel einfacher ist. Hier in den Vereinigten Staaten gibt es nicht sehr viele Verfolgung. Und sogar in Deutschland kann man evangelisieren, ohne bestraft zu werden. Und Paulus und Silas, sie haben sehr viel gelitten und haben trotzdem das Evangelium mutig gepredigt. Was machen wir, wenn wir so eine Opportunität haben, so eine Gelegenheit haben? Richtig, richtig. Vor allem, so viele Christen haben Angst, aber wovor? Was könnte der Typ an der Tür über mich denken? Und dazu kommen wir noch, dass wir nicht Menschen gefallen sollen. Wozu? Und die Bibel sagt hier, dass wir dennoch Freudigkeit in unserem Gott, euch das Evangelium Gottes zu verkündigen unter viel Kampf. Es wird immer einen Kampf geben, wenn man das Wort Gottes predigt, wenn man tut, was Gott will. Es wird immer einen Kampf geben. Und alle, die Gottes für sich leben wollen, in Christus Jesus werden Verfolgung erleiden. Das hat Gott festgelegt. Das wird so passieren. Aber unsere Verfolgung in den Vereinigten Staaten oder in Deutschland ist eine sehr leichte Verfolgung im Vergleich mit was Paulus und Silas gelitten haben. Es sagt hier Freudigkeit. Ich bin nicht sicher, warum. Diese Schlachter-Version ist wahrscheinlich die beste Version auf Deutsch. Es gibt auch die Luther-Bibel. Aber die Luther-Bibel und die Schlachter-Bibel, beide sagen Freudigkeit hier. Und ich bin nicht sicher, warum, weil wenn man das Neue Testament liest oder auf Griechisch im Original oder zum Beispiel in der King James Version auf Englisch, es sagt nicht Freudigkeit, sondern Freimütigkeit. Und Freimütigkeit bedeutet einfach Mut. Sie hatten nicht irgendwie Angst, oh, was könnte passieren, sondern sie waren freimütig, haben das Evangelium laut gepredigt und haben sich nicht zurückgehalten. Sie haben nicht nur weiter gepredigt, sondern mutig gepredigt. Richtig, ja. Obwohl sie so viel gelitten haben und misshandelt worden waren in Philippi und in anderen Stellen. Und wie haben sie diesen Mut bekommen in unserem Gott? In ihrem Gott haben sie diesen Mut bekommen. Und darum war ihre Arbeit nicht vergeblich. Ja, es kam eben von Gott, genau. Weil sie nicht aufgehört haben. Und in der Luther von 1998 von der Trinitarian Bible Society gibt es eine Revision und da haben die das korrekt gemacht. Sie haben das korrigiert zu Freimütig. Genau, genau. Okay, Vers 3. Denn unsere Verkündigung, oder wir sollten vielleicht kurz reden über das Ende von Vers 2, euch das Evangelium Gottes zu verkünden unter viel Kampf. Wenn man wirklich für Gott leben will, dann wird es Kämpfe geben. Und als sie noch das Evangelium verkündigt haben, das war noch unter viel Kampf. Und die Bibel sagt, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und das ist ein Befehl für uns alle. Und wir sollten nicht diese Attitüde haben, oh, kämpfen ist schlecht. Oh, ich will nicht kämpfen. Ich will, dass alle Leute mich mag. Und ich will der Freund von jedem sein. Ja, aber die Bibel ist eindeutig, dass wir für Gott eifern sollten. Wir sollten Eifer haben. Wir sollten bereit sein zu kämpfen. Und für das einzustehen, was wir glauben. Amen. Vers 3 und 4 von ihnen denken. Und es macht nichts. Es sollte uns ganz egal sein. Besonders als Prediger sollte es ganz egal sein, was andere Leute denken. Wir sollten mehr darüber denken, was Gott von uns denkt. Und wir wollen ihm gefallen. Und es ist nicht möglich, allen Leuten zu gefallen. Ja, auf jeden Fall. Es ist vergeblich, zu versuchen. Aber wenn man den Willen Gottes tut, ist es nie vergeblich. Es ist immer erfolgreich sein, oder? Auf jeden Fall. Und wenn wir uns zurückhalten mit dem, was wir sagen wollen, nicht mutig, freimütig predigen, Menschen gefallen wollen, dann helfen wir Menschen damit eigentlich nicht. Sondern Menschen müssen eben manchmal das hören, was ihnen vielleicht nicht unbedingt gefällt. Und es geht dabei wirklich nicht darum, irgendwie Menschen absichtlich zu beleidigen, sondern es geht um unsere Loyalität Gott gegenüber. Und das sollte oberste Priorität haben. Amen. Und es gefällt mir auch, was er hier sagt, sondern so wie wir von Gott vertraublich befunden wurden, mit dem Evangelium betraut zu werden. Er vertraut uns. Wir sollten ihn nicht enttäuschen. Wir sollten ihn nicht enttäuschen. Das Evangelium, das hat Gott uns nicht gegeben, nur dass wir gerettet werden, sondern ich habe mir die Stelle aufgeschrieben, das ist 2. Korinther 5, Vers 18. Es sollte nicht mit uns aufhören. Es sollte weitergehen. Das Evangelium sollte weitergehen. Wir haben es gekriegt und wir sollten danach streben, dass andere Leute auch gerettet werden. Amen. Und in 2. Korinther 5, Vers 18 steht, Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat und durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Also wir haben von Gott den Dienst der Versöhnung bekommen. Das ist unser Job. Ja. Jesus ist hier nicht mehr fleischig auf der Erde und kann das Evangelium verkündigen. Er hat uns den Dienst der Versöhnung gegeben und uns das Anvertraut des Evangeliums. Als er hier auf der Erde war, war er das Licht dieser Welt. Aber jetzt hat er gesagt, dass ihr seid das Licht der Welt. Und das ist eine Verantwortlichkeit. Und wir sollten ihn nicht enttäuschen. Amen. Und ja, ich finde, das ist eine Sache, über die ich viel nachdenke. Es ist so schade, wie viele Christen einfach ein sinnloses Leben haben eigentlich. Weil die Bibel sagt dann ja auch in derselben Stelle in Matthäus 5, ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, soll es wieder salzig gemacht werden. Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen von den Leuten zertreten wird. Also das ist ein Leben, das hinausgeworfen werden kann. Weg mit diesem Leben. Es ist sinnlos. Wie hier gesagt, vergeblich. Ja, oder? Richtig. Es ist vergeblich. Das gehört ja eigentlich immer noch so vom Gedankengang zusammen mit Vers 1. Genau. Und die Bibel sagt auch, dass Gott unser Herzen prüft. Und er weiß, was uns wichtig ist. Und er weiß, ob wir wollen, dass wir ihn gefallen oder ob wir wollen, dass wir andere Leute gefallen. Er weiß, das kommt vom Herzen, oder? Richtig. Und Gott sieht unser Herz und weiß, ob unsere Verkündigung betrügerisch ist. Vers 3. Ob wir unlautere Absichten haben, ob es ihnen listigen Betrug geschieht, ob wir irgendwie absichtlich was Falsches verkündigen, um den Leuten zu gefallen oder gut anzukommen oder Geld von ihnen zu bekommen. Noch schlimmer. Und das kommt noch in diesem Kapitel. Vers 5. Denn wir sind nie mit Schmeichelworten gekommen, wie ihr wisst, noch mit verblümter Habsucht. Gott ist Zeuge. Und Leute benutzen diese Schmeichelworte, etwas von Leuten zu bekommen. Sie sagen den Leuten, was sie hören wollen, damit sie ihr Geld bekommen können. Alle diese Fernsehprediger, sie predigen sanfte Sachen und Leute wollen das hören. Sie sind beliebt und sie geben ihr Geld. Und in ihrem Sinn sind sie erfolgreich, aber das ist kein Erfolg, weil dieses Leben ist sehr kurz. Gott kennt ihr Herz, dass ihr Herz böse ist. Und es wäre viel besser, ins Gefängnis geworfen zu werden und viel zu leiden, aber Gott zu gefallen. Und dann letzten Endes Schätze im Himmel zu haben. Genau. Das ist viel besser, als hier ein bisschen Schatz zu haben und es ist so kurz und es ist vorbei und du hast dein ganzes Leben verschwunden oder schlimmer hast du vielleicht die Königreich Gottes wehgetan. Du meinst geschadet der Sache Gottes. Ja, genau. Aber was mir zu Habsucht auch einfällt, ist, es gibt den Vers, wo es heißt, dass wir uns fernhalten sollten von der Habsucht, die Götzendienst ist. Wir können nicht Gott dienen, wenn wir habsüchtig sind, wenn wir nur uns selbst bereichern wollen. Dann dienen wir letzten Endes, ja, nicht Gott. Und hier Paulus kann sagen, dass er nicht diese Habsucht gehabt hat und Gott ist seine Zeuge davon. Und woher wissen wir, dass es stimmt, was er sagt? Ich meine, natürlich zum einen ist es die Bibel, das ist Gottes Wort, logisch, aber zum anderen sehen wir eben, dass sie misshandelt worden waren, dass sie viel leiden mussten. Also sie haben nicht sich selbst gedienst, sie haben Gott gedienst. Wenn sie sich selbst gedienst hätten, dann wären sie diesen Sachen aus dem Weg gegangen. Und manchmal müssen wir Sachen predigen, die Leute nicht hören wollen und sie werden Anstoß nehmen. Und es wäre viel leichter, diese Schmeichelworte zu benutzen, aber wir müssen die Wahrheit predigen. Oh, du bist Katholik? Ach, schön. Das ist gut, dass du Katholik bist. Lass uns Ökumene machen. Aber nein, es ist nicht schön, dass du Katholik bist. Überhaupt nicht. Das ist ein gutes Beispiel. Vers 6. Wir haben auch nicht Ehre von Menschen gesucht, weder von euch noch von anderen, obgleich wir als Apostel des Christus würdevoll hätten aufregen können. Und die gleiche Sache hier, dass sie wollten nicht von Leuten geehrt zu werden. Und trotzdem sie Apostel waren. Apostel des Christus, von denen es nur zwölf gab. Also sie hatten wirklich ein großes Amt inne. Es war aber nicht ihre Absicht, irgendwie würdevoll aufzutreten, Ehre zu bekommen. Aber haben sie nicht sehr teure Kleidung getragen mit Gold und Silber und diese sehr lange Kleider und komische Hüte und sowas? Ich glaube nicht. Aber weißt du, was lustig ist? In der Schlachthaus steht es über die Pharisäer, dass sie es lieben, in Talar einherzugehen. Und was in der KJB heißt, das ist long clothing. Und in der evangelischen Kirche, die Kleidung, die der Pfarrer trägt, heißt Talar. Liest du die Bibel? Ja, das ist lustig. Naja. Obwohl wir als Apostel des Christus würdevoll hätten auftreten können, sondern wir waren liebevoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Und man sieht hier, dass der liebevolle Prediger ist der Prediger, der mutig predigt und keine Schmeichelworten benutzt. Er sagt die Wahrheit nicht, weil er voller Hass ist, sondern das Gegenteil. Weil er die Leute liebt und er will predigen, was sie hören brauchen, was sie hören müssen, nicht was sie hören wollen. Und es ist viel einfacher zu predigen, was die Leute hören wollen. Absolut. Und ich denke, das ist für alle Leitungspositionen, Positionen mit Autorität super wichtig, dass man diese richtige Haltung hat. Dass es eben nicht um einen selbst geht, sondern eigentlich um die anderen, die man leitet und die man pflegen sollte und denen man die Wahrheit sagen sollte. Ja, und hier, wenn wir denken an eine stillende Mutter, das heißt Essen. Das Baby ist die Milch von seiner Mutter und wir müssen die Leute füttern mit dem Wort Gottes, weil Gottes Wort ist unser Essen. Wir müssen es jeden Tag essen, damit wir stärker werden, damit wir wachsen. und es ist der Job von einem Prediger, die Leute zu füttern und Essen zu geben, die Milch Gottes Wort zu geben, den Fleisch Gottes Wort zu geben. Richtig. Und das ist eben, was in Deutschland fehlt und weswegen wir auch diesen Podcast machen. Die feste Speise, die fehlt in so ziemlich allen Gemeinden. Es geht meistens in den Gottesdiensten nur um Gottes Gnade, um das Evangelium und wenn dann über das Alte Testament gesprochen wird, das war auch für Israel, wird nicht auch heutzutage angewendet. Und es gibt aber viele Leute, die sich sehnen nach der festen Speise, die sich das wünschen, gefüttert zu werden. Und in diesem Podcast versuchen wir, jeden Vers zu predigen, über jeden Vers zu reden, nicht nur die einfache Versen oder die beliebte Versen oder Versen, die Leute schon gehört haben. Sondern einfach alles ohne Angst zu haben, ohne freimütig zu sein. Aber was ich sagen wollte, ist, die Leute, die sich sehnen nach der festen Speise, die haben wenig Optionen in Deutschland. Die hören dann zum Beispiel Olaf Latzel, der glaubt, dass man seine Errettung verlieren kann. Karl Hermann Kaufmann, der glaubt, dass man seine Errettung verlieren kann. Und ich kann noch weitere Namen aufzeigen. Wir brauchen eine neue Generation von deutschen Prediger, die mutig predigen können. In dieser Generation. Und hoffentlich gibt es junge Männer in Deutschland, jemand, der das sein wird. Auf jeden Fall. Versagt. Versagt und wir sehnten uns so sehr nach euch, dass wir billig waren, euch nicht nur das Evangelium mitzuteilen, sondern auch unser Leben, weil ihr uns lieb geworden seid. schon wieder, die lieben die Leute und sie sind, sie werden für sie leiden oder opfern. Sie predigen nicht für sich selbst, sondern für die Leute. Ja, und ich denke, wenn es hier heißt, nicht nur das Evangelium mitzuteilen, sondern auch unser Leben, ich denke, ein Aspekt davon ist, dass sie eben ein lauteres Leben führten, ein reines Leben, sodass sie mussten nicht irgendwie ihr Leben verstecken, wie sie persönlich sind. Was sie gepredigt haben, das hat übereingestimmt mit ihrem tatsächlichen Leben. Ja, sie sagen nicht eine Sache und leben eine andere. Richtig. Deswegen konnten sie sich mitteilen, ohne Furcht zu haben. Hey, das sind wir, so sind wir. Wir sind tatsächlich Christen und leben das, was wir predigen. Sie leben kein Doppelleben. Richtig, ja. Sie sind keine U-Boot-Christen. Ihr erinnert euch, ja, Brüder, an unserer Arbeit und Mühe, denn wir arbeiten Tag und Nacht, um niemand von euch zur Last zu fallen und verkündigen euch dabei das Evangelium Gottes. Und das spricht von die Tatsache, dass Paulus gearbeitet hat, nicht nur gepredigt hat, sondern auch, er hat mit seinen Händen gearbeitet. Er machte Zelten. Einfach Geld zu bekommen, damit er sein Essen und alles, was er brauchte, kaufen könnte. Richtig. Er arbeitete Tag und Nacht. Er predigte, er arbeitete, er arbeitete und es ist biblisch, für einen Mann Gottes bezahlt zu werden von der Gemeinde, von der Kirche. Und Paulus und Barnabas, die Bibel sagt, sie waren die Einzige, die noch einen Job hatten dazu. Aber hier erklärt er, warum er das gemacht hat. Er wollte ein Beispiel sein, er wollte ihnen zeigen, wie man viel arbeitet. Und er hatte nicht diese Haltung, gebt uns Geld, ich bin Apostel. Genau. Wo ist mein Lohn? Hey, ich bin es, Paulus. Und das wird angesprochen, auch im zweiten Thessalonicher Brief, in Kapitel 3, in Vers 9, nicht, dass wir kein Recht dazu hätten, sondern um euch an uns ein Vorbild zu geben, damit sie uns nachahmt. Denn als wir bei euch waren, boten wir euch dies, wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. All diese freiwilligen Obdachlosen, die sollten einfach nicht essen am besten. Ja, und manchmal in der Bibel wird Paulus bezahlt für sein Predigen. Aber hier hat er das nicht nachgefragt, weil er wollte ein Beispiel sein. Er wollte nicht, dass die Leute faul seien und er wollte ein Beispiel sein von ein guter Arbeiter und wie du gesagt hast, seine Motivation war nicht Geld und er war nicht so hoch und mächtig, dass er kann nicht mit seinen Händen arbeiten und er ist zu gut dafür oder sowas. Und in unserer Gemeinde gibt es Leute, die arbeiten sehr schwer mit ihren Händen und wir sollten diese Leute respektieren. Aber es gibt diesen Sinn, dass Leute, die mit ihren Händen arbeiten, auf Englisch Blue Collar arbeiten. Ja, du meinst sowas wie Klempner oder verschiedene Handwerker. Genau. Hier in den Vereinigten Staaten und auch in Deutschland manche Leute denken, dass das nicht so gut ist als andere Arbeit. Aber ich glaube das Gegenteil. Ich glaube, dass das gute, ehrliche Arbeit ist und man sollte sich nicht schämen vor seiner Arbeit, wenn er solch einen Job hat. Ich denke, putzfrau zu sein, wäre super. Ich meine, du kannst die ganze Zeit Bibel hören, zum Beispiel. Aber ja, Paulus war nicht zu gut dafür, mit seinen Händen zu arbeiten. Und meine ältesten zwei Söhne sind beide Klempner und sie bekommen guten Geld dafür und ich glaube, dass es ein guter Stil des Lebens ist. Auf jeden Fall, ja, natürlich. Gott weiß Arbeit zu schätzen, harte Arbeit. Wir werden definitiv belohnt, egal welche Arbeit wird. Es ist gesünder auch als vor einer Rechnungsmaschine den ganzen Tag zu sitzen, oder? Oder Computer. Tut mir leid. Aber was ich noch hinzufügen wollte, wenn es um Bezahlung geht, dann geht es natürlich nicht darum, dass die Besucher des Gottesdienstes Geld dafür geben, um in den Gottesdienst reinzukommen. Es geht darum, dass der Prediger von der Gemeinde bezahlt wird. Weil es auch heißt, umsonst habt ihr Empfang, umsonst geht es. Das Evangelium sollte umsonst gepredigt werden. Das ist dann eher eine Sache der Gemeinde, dass die Gemeinde genug Geld hat, hoffentlich den Pastor zu bezahlen. Und wenn die Gemeinde nicht genug Geld hat, dann der Pastor muss arbeiten mit seinen Händen. Und das ist in Ordnung. Und er ist dadurch auch ein Vorbild für andere. Warum nicht? Es wäre besser, wenn die Gemeinde größer wäre und sie würden Geld genug haben, ihm zu bezahlen, damit er jeden Tag studieren, beten, predigen könnte und nicht zwei Jobs haben müssen. Aber in einer Situation, wo Paulus nicht bezahlt werden könnte oder nicht bezahlt werden wollte, hat er kein Problem gehabt, mit seinen Händen zu arbeiten. Und damit könnte er auch ein Beispiel sein von einem guten Arbeiter. Richtig. Vers 10, ich will. Ihr selbst seid Zeugen und auch Gott wie heilig, gerecht und untadelig wie bei euch den Gläubigen gewesen sind. Und wie schon gesagt, ihr Leben und ihr Predigen war gleich. Ja, deswegen konnten sie eben Zeugen sein, sie konnten das sehen, was sie nicht nur gepredigt, sondern auch gehandelt haben, wie sie unter ihnen waren. Ihr ihr wisst ja, dass wir jeden einzelnen von euch ermahnt und ermutigt haben, wie ein Vater seine Kinder und euch ernstlich bezeugt haben, dass ihr so wandern sollt, wie es Gottes würdig ist, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Und wir haben das Evangelium kostenlos empfangen, wir sind gerettet worden, ohne Werke zu tun müssen, wir müssen nicht dafür würdig sein, gerettet zu werden, aber nachdem sollten wir würdig wandern, oder? Richtig, ja. Weil, wie es hier eben heißt, wie es gotteswürdig ist, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Wir sind Stellvertreter Christi auf Erden, sagt die Bibel. Oder Stellvertreter Christi ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber wir sind Botschafter an Christi statt, so heißt es. Und ja, wir sollten natürlich ein heiliges Leben nehmen, als Botschafter. Ja, nicht gerettet zu werden, sondern Gott zu Gefahren. Richtig. Weil wir ihn lieb haben, nicht weil wir Angst vor Hölle haben. Wir gehen nicht in die Hölle. Egal was ich tue, ich gehe nicht in die Hölle, aber ich will trotzdem das Richtige machen, weil ich will Gott gefallen und ich liebe ihn. Und ich frage Leute immer, magst du das Richtige nur wenn du gezwungen bist? Nur wenn du gezwungen bist, sonst wirst du immer etwas Falsches sein, Falsches machen, oder? Das ist verrückt, oder? Ja, ich weiß, was man es habe ich das falsch gesagt? Nee, du hast es richtig gesagt. Tut mir leid, mein Deutsch ist nicht so gut. Ich meine einfach, dass Leute sagen, oh, wenn du gerettet bist durch den Glauben und du musst nicht alle die Gebote Gottes bewahren, gerettet zu werden, dann warum gehorchen Gott? Warum nicht machen alles, was du wolltest? Aber ich sage diesen Leuten, weil ich will Gott dienen. Ich will ihn gefahren, ich liebe ihn und zum Beispiel, wenn ich wusste, dass meine Frau mich nie verlassen würde, würde ich nicht sagen, sie verlässt mich nie, ich werde sie so handeln wie meine Dienerin oder wie Dreck, weil egal, sie verlässt nicht, nein, ich habe meine Frau lieb und egal, ob sie mich nie verlassen wird, wenn ich sie lieb habe, werde ich Sachen tun, dass sie will und nett zu ihr sein und es gleich mit Gott, wenn wir ihm lieb haben, werden wir ihm dienen, gehorchen und wenn meine Frau mich lieb hat, wird sie mich gehorchen und dienen und nicht, weil sie Angst hat, dass ich verlassen wird, wenn sie nicht ein gutes Abendessen macht, vielleicht komme ich nicht nach Hause, vielleicht finde ich eine neue Familie. Verstehst du? Ich verstehe und Leute, die so eine rhetorische Frage stellen, die zeigen damit, dass sie einfach einen schlechten Charakter haben. Das ist, was ich mir denke, wow, du hast einen ziemlich schlechten Charakter, wenn du so denkst. Dass sie keine Lust haben, gute Sachen zu machen oder keine Lust haben, Gott zu dienen und Gott zu gehorchen, nur weil sie Gott lieben. Und ich meine, Amen. Wenn du gerettet bist, könntest du dann tun lassen, was du willst. Aber das ist eine schlechte Einstellung einfach. Das ist keine Einstellung, die wir haben wollen. Wir wollen natürlich Gott lieben und hey, wir müssen nicht Gott lieben, um gerettet zu werden. Wenn ich Gott nicht liebe in diesem Leben, ich komme trotzdem in den Himmel, weil ich an Jesus geglaubt habe, ich habe auf ihn vertraut. Ja, aber was wollte ich sagen? Und es gibt zum Beispiel wir werden bestraft auf dieser Erde, wenn wir nicht Gott gehorchen und wenn wir in den Himmel kommen. Und übrigens dieser kleiner Steiner, dieser YouTuber, der ein Video gemacht hat gegen dich und gegen mich und Moses hat er auch genannt, der meinte so ungefähr, wenn man wirklich nur in diesem Leben bestraft wird, wenn man seine Errettung nicht verlieren könnte, so nach dem Motto, warum sollte man Gott dienen? Das ist einfach nur eine dumme Einstellung, eine dumme Aussage, was soll das? Zurück zum Kapitel. Wir könnten den ganzen Tag über das reden, aber wo waren wir? Wir haben Vers 12 zuletzt gelesen. Okay, so darum danken wir auch Gott unblessig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschen Wort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirkt in euch, die ihr gläubig seid. Und viele Leute, sie werden wutend auf uns, wenn wir das Wort Gottes predigen, aber sie sollten merken, dass es Gottes Wort ist, nicht Menschen Wort. Aber sie sagen, hast du gehört, was Anselm gesagt hat? Oder hast du gehört, was Pastor Anderson gesagt hat? Aber wir sagten einfach, was die Bibel gesagt hat. Wir haben das nur wiederholt. Und wenn sich Leute dagegen auflehnen, wenn wir wirklich das predigen, was die Bibel sagt, hey, die haben nicht Stress mit uns, die haben Probleme mit Gott. Und es geht nicht um uns dabei, sondern es geht einfach um das, was wir sagen, laut der Bibel. Es geht darum, dass sie nicht an die Bibel glauben wollen. Und würden sie fast immer sagen, die Bibel ist von Männern geschrieben. Und sie setzen die Tradition der katholischen Kirche auf ein Level mit der Bibel. Ja, weil Männer haben die Bibel geschrieben, das würden sie sagen. Aber die Bibel sagt, nein, was Paulus schreibt, es ist nicht ein Menschenwort, es ist Gotteswort. Und so sollen wir es aufnehmen als Gotteswort. Und was bedeutet, wenn es heißt, dass wir es so aufnehmen sollen, eben als Gotteswort, ich denke, da geht es auch darum, die Autorität der Bibel anzuerkennen. Wir empfangen das nicht als eine weise Schrift von weisen Menschen, sondern eben als Gotteswort und damit auch mit 100%iger Autorität für unser Leben. Egal ob Lehre oder Praxis, was wir als Baptisten glauben, die Autorität der Bibel. Ich habe auch von Leuten in Deutschland gehört, okay, Paulus hat das gesagt, aber was hat Jesus gesagt? Und sie meinen, dass nur was Jesus gesagt hat in der Bibel ist absolut Wahrheit. Aber alles, was die Bibel sagt, Paulus, Petrus, Johannes, alles, was die Bibel sagt, ist Gotteswort. Was die Aposteln gepredigt haben, ist auch Gotteswort, nicht nur was Jesus selbst gepredigt hat, weil alle die Schriften sind von Gott inspiriert, oder? Auf jeden Fall und deswegen ist auch so wichtig, die ganze Bibel als Gotteswort aufzunehmen und weil ansonsten picken wir uns das heraus, was uns gefällt. Und wenn wir damit anfangen, auch nur ein einziges Mal anfangen, dann geht es eigentlich nur noch bergab. Was glauben wir denn überhaupt noch von Agil? Und ein anderes super Beispiel dafür ist Psalm 139 Vers 21 glaube ich, hasse ich nicht, die dich hassen und verabschweige ich nicht, die widerlich aufstehen. Oder das hat David geschrieben. Das ist nur David. Das ist nur Davids Meinung. Aber alles andere ist dann Gotteswort. Oh Dritte Moses, Kapitel 20, das ist Moses, was hat Jesus gesagt. Aber Jesus ist das Wort Gottes. Und Jesus hat das ganze Gesetz im 9. Testament bestätigt. Genau. So Vers 14 Denn ihr Brüder seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden, die in Judäa in Christus Jesus sind, weil ihr dasselbe erlitten habt von euren eigenen Volksgenossen wie sie von den Juden. So nicht nur haben Paulus und Silas viel gelitten, aber die Thessalonicher haben auch gelitten und sie waren verfolgt von ihrer eigenen Nation und die Bibel sagt, dass die christlichen Leute in Judäa, die Christen in Judäa, sie waren verfolgt von den Juden. Die Juden haben sie verfolgt und die Bibel spricht weiter in Vers 15 Diese haben auch den Herrn Jesus und ihre eigenen Propheten getötet. Oh jetzt wird es antisemitisch. Jetzt kommt der antisemitische Teil. Aber das ist was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, dass die Juden ihre eigenen Propheten getötet. Aber das ist nur Paulus Meinung. Sie haben den Herrn Jesus getötet. Es ist mir ein Wunder, wie Leute werden sagen, dass die Juden nicht Jesus getötet haben. Aber die Bibel sagt hier ganz klar, diese haben auch den Herrn Jesus getötet. Wer hat den Herrn Jesus getötet? Die Juden. Das, was die Bibel sagt. Eindeutig. Und das heißt nicht, dass wir hassen die Juden. Das heißt nicht, dass sie nicht gerettet werden können. Das heißt nicht, dass wir sie nicht lieb haben. Aber diese Religion ist von dem Teufel. Das ist die Synagoge des Satans. So heißt es Synagoge des Satans. Und diese Religion, dieser Sinn, diese Mentalität ist, was Jesus getötet hat. Die Juden selbst haben geschrien. Sein Blut sei auf uns und auf unsere Kinder. Und wenn Leute dieser Religion nachfolgen von Judaismus, sie sagen, ja, ich will eine dieser Kinder werden. Diese Kinder, sein Blut auf uns und auf unsere Kinder, melde mich an als eine dieser Kinder. Ich will eine Jude bekommen, damit ich eine dieser Kinder sein kann, die er, you know, wovon sie geredet haben, sein Blut auf uns und auf unsere Kinder. Die Juden sind die Kinder, geistliche Kinder, von den Leuten, die Jesus gekreuzigt haben. Und sie stehen unter dem Fluch, über uns und über unsere Kinder, über die Nachkommen. Und es hat nichts mit Rasse zu tun, weil sie das gewählt haben, weil sie weiß sind. Sie sind weiße Leute, sind europäische Leute, sie sehen europäisch aus, sie sind keine braune Mittelosterne Leute, sie sind so weiß wie Schnee und sind europäische Leute, die dieses Schicksal erwählt haben. Und niemand hat ihnen gesagt, dass sie das tun müssen. Sie können heute Christen werden. Was stoppt sie, von heute Christen zu werden? Es ist nicht Rassismus, zu sagen, dass diese Religion fort ist. Und wir hassen nicht die Leute, wir wollen, dass sie geredet werden. oder? Absolut. Was lustig ist, Bruder Moses hat in Deutschland mit einem Juden gesprochen und er ist gerettet worden. Und du musst dir mal vorstellen, ein Inder, der in Deutschland einen Juden rettet. Das ist toll. Ja, absolut. Das ist eine schöne Sache. Und ich weiß nicht, wer genau das ist, mir fällt es nicht ein, aber in Apostel Geschichte wird es angesprochen, dass sie es in Unwissenheit taten. Die Juden und ihre Führer, sie taten es in Unwissenheit. Also es ist nicht so, dass alle Juden, ich meine, einige dafür auch sehr auf jeden Fall, aber nicht alle Juden wussten wirklich, was sie da machen, als sie den Prinz des Lebens töteten. Sie sind immer noch schuldig, aber sie taten es sollten ihnen das Evangelium geben. Leider sind sie nicht sehr empfänglich, aber wenn man dieser eine Jude findet, der geleitet wird, es ist sehr gut. Aber wir sollten nicht versuchen, den Juden das Evangelium zu geben, mehr als andere Leute. Wir sollten das Evangelium zu allen Leuten geben und nicht die Juden mehr als die Deutschen. Wir werden keine Israel-Mission gründen. Genau. Aber wenn wir evangelisieren in Deutschland oder in den Vereinigten Staaten und wenn wir sprechen mit jemandem und sie sagen, dass sie ein Jude ist, dann werden wir sehr gerne das Evangelium zu ihnen predigen. Oder? Es ist trotzdem dasselbe Evangelium für alle. Genau. Aber das sind ziemlich harte Verse. Ich meine, es geht hier weiter. Es sagt ja eindeutig, sie haben den Herrn Jesus und ihre eigenen Propheten getötet und haben uns verfolgt. Sie gefallen Gott nicht und stehen allen Menschen feindlich gegenüber. So viel zum Thema Gottes Volk. Oh man. Sie stehen allen Menschen feindlich gegenüber. Wenn es gibt eine Religion die ganz gegen Christus ist, es ist auch gegen die Humanität. Weil Jesus für alle Menschen gestorben ist. Er ist das Sinn, aber nicht nur für die Unseren, sondern auch für die Sünden der ganzen Welt. Und wenn man Feind von Gott ist oder Feind von Christus ist, ist man Feind von die Menschheit, die Humanität, alle die Welt. Weil ja, richtig, indem sie uns hindern wollen. Sie wollen uns hindern, zu den Heiden zu reden, damit diese gerettet werden. das sind Leute, die absichtlich verhindern wollen, dass Menschen das Evangelium hören. Und kein Wunder, dass sie unter dem Zorn Gottes stehen. Dadurch machen sie alle Zeit das Maß ihrer Sünden voll. Es ist aber der Zorn über sie gekommen bis zum Ende. Aber was wir hören hier in den freiensten Staaten, ich weiß nicht wie beliebt das ist in Deutschland, aber hier alle die Baptisten predigen, dass Israel das auswählte Volk Gottes ist und dass sie ein besonderes Segen von Gott haben. Aber die Bibel sagt, dass der Zorn über sie gekommen ist bis zum Ende. So haben diese evangelischen Christen nicht diesen Vers gelesen? Wie glauben sie, dass Gott segnet diese Leute, wenn die Bibel sagt, dass der Zorn Gottes auf ihnen bleibt, weil sie glauben nicht an Christus und sie sind gegen Christus, sie wollen hindern die Christianität. und das Zorn über sie gekommen ist bis zum Ende und ich denke, worum es da geht, sind zwei Dinge, zum einen die Intentisität von Gottes Zorn, Gott ist extrem zornig über sie zum anderen bis zum Ende, weil die Juden als ganzes, ich meine einzelne Juden lassen sich retten hier und da, aber die Juden als ganzes, als Religion, die werden bis zum Ende, bis Jesus wieder kommt, gegen das Evangelium das wird nicht ändern, Gott wird nicht später sagen, okay, ihr seid wieder meine Freunde, ihr seid wieder das Außerwelten Volk, genau, du hast es ja angesprochen, mit dem Außerwelten Volk, dass es beliebt ist unter den Baptisten, auch in Deutschland, definitiv, dieser Zionismus, christlicher Zionismus, und es ist wirklich vergebliche Liebesmüh könnte man sagen, weil Jesus auch gesagt hat, dass ihr mit den Stärken Israels nicht fertig werdet, bis der Sohn des Menschen kommt. Der Programm Gottes geht nicht rückwärts, es gab das Alte Testament und Israel war das Außerwelte Volk Gottes in dem Alten Testament, das ist vorbei, wir sind jetzt im Neuen Testament und wir gehen nicht rückwärts, es gibt keinen Unterschied zwischen den Heiden und den Juden, wir sind alle eins in Christus Jesus, wenn wir an ihn glauben, sind wir eins in Jesus Christus und das wird nie ändern, es es wird nicht in der Zukunft eine Period sein, wo es gibt wieder einen Unterschied zwischen Juden und Heiden, nein, das ist vorbei, es ist lächerlich, aber diese Lehre ist sehr beliebt von den Fernsehpredigern, dass christliche Zionismus und dass Israel in der Zukunft alle sich bekehren werden und sie werden alle an Jesus glauben, aber das passiert nicht, warum würde das passieren? Breit ist der Weg, der nach die Hölle führt und die Juden sind weniger empfänglich als andere Leute, warum würden wir glauben, dass sie alle in der Zukunft gerettet werden und sie haben die Schriften verbreitet das zu lehren, aber die Bibel lehrt das nicht die Bibel sagt das nicht vor allem Christen verdrehen die Bibel angeblich Christen oder auch gerettete Christen die in dieser Lehre stecken und um das zu lernen weil es ihre Tradition ist sie haben das einfach so gelernt von den Eltern von der Kirche weil es ihre Tradition ist und sie haben sehr viel Angst dass sie antisemitisch genannt werden wenn sie die Wahrheit von 1. Thessalonischer Kapitel 2 predigen sie haben Angst davon dass Leute werden denken dass sie antisemitisch sind aber wir sind nicht antisemitisch weil zu den Semiten gehören mehrere die Araber sind semitisch palästinenser arabisch ist eine semitische sprache aber das sind eben ein Haufen Osteuropäer und es geht uns nicht um irgendwelche Volksgruppen es geht uns um Religion und ja offen gesagt wir sind gegen die Religion des Jugendtums wir sind gegen Hinduismus wir sind gegen Islam wir sind gegen alle falschen Religionen lass alle Leute die lieben nicht unseren Herrn Jesus Christus Anatomer sein das sagt die Bibel oder Amen und außerdem wenn es heißt die gefallen Gott nicht und stehlen allen Menschen feindlich gegenüber ich meine sowieso jeder der nicht an Jesus glaubt gefällt Gott nicht wie kann man Gott gefallen wenn man nicht an ihn glaubt unmöglich und für mich sind Reize wie Christen an ihrem Zionismus festhalten können wenn sie diese Verse lesen also ich verstehe es nicht so wir sieb sehen wir aber Brüder nachdem wir für eine kleine Weile von euch getrennt waren dem Angesicht nicht dem Herzen nach haben uns mit großen Verlangen umso mehr bemüht euer Angesicht zu sehen also sie drücken einfach ihr verlangen aus die Brüder zu sehen ihre Liebe drücken sie aus dass sie ihnen wohlgesonnen sind darum wollten wir auch zu euch kommen ich Paulus einmal sogar zweimal doch der satan hat uns gehindert denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhms seid nicht auch ihr es vor unserem Herrn Jesus Christus bei seiner Wiederkunft ja ihr seid unsere Ehre und Freude er will die Brüder sehen weil es wird ihm Freude geben aber viel mehr Freude wird es geben als wir in den Himmel kommen und alle die Leute grüßen zu denen wir das Evangelium gepredigt haben kannst du dir vorstellen wie aufregend das sein wird in den Himmel zu kommen und für Leute uns zu grüßen und sagen ja du hast mir das Evangelium gepredigt vielleicht erinnerst du dich gar nicht daran aber ich bin gerettet worden und ich bin hier in dem Himmel vielen Dank dass du alles gelitten hast was du gelitten hast und du warst misshandelt und du warst verfolgt aber du hörst nicht auf das Evangelium freimutig zu predigen und das wird ein sehr spannender Tag sein oder? Absolut Es ist eine große Motivation eben das Richtige hier zu tun unser Leben einzusetzen für das Seelen gewinnen Leute zu retten Amen das war's Erste Thessalonische Kapitel 2 und wir hoffen es hat euch gefallen ihr konntet etwas lernen und habt ein bisschen feste Speise bekommen nicht nur die Milch des Wortes und bis zum nächsten Mal Gottes Segen Amen